Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Bühnen-Dinner 2016 auf dieser herrlichen Opernbühne der Bayerischen Staatsoper. Leider bin ich heute nicht persönlich dabei, aber auf diesem virtuellen Wege darf ich Ihnen doch an dieser Stelle schon mal einen wunderschönen Abend wünschen. Ein tolles Erlebnis, wenn man sich überlegt, dass man auf einer Bühne sitzt, wo normalerweise die größten Sänger der Welt schon gesungen haben. Ein tolles Gefühl eigentlich, mal die Seiten zu wechseln und nicht im Publikum zu sitzen, sondern auf der Bühne. Jonas Kaufmann in der Lederhose, der uns das Menü präsentiert, also das hat es noch nie gegeben. Ich finde das großartig, dass man mal auf diesen Brettern sitzen darf, die die Welt bedeuten. Wann darf man das schon? Und so nah am Künstler zu sein, wenn er singt. Also einmal stand ein Tenor hinter mir und der ließ so seine Ton da heraus. Das war schon ja ein Erlebnis. Also es passiert zum Beispiel, dass man hier sehr nah an den Sängern ist. Die sind ja heute Abend aufgerufen, sich ins Publikum zu flechten und man kriegt manchmal Stimmen mit, die man sonst aus größerem Abstand hört. Und die verschiedene Musik, jetzt DJ, dann Swing, dann Oper. Und ich finde, man sagt ja schon, die Musik ist die beste Medizin für den Geist und fürs Herz. Und das ist hier so eine gute Mischung. Also, eine wunderschöne Nacht. Kommen Sie gut nach Hause. Lassen Sie alle die süßen Köstlichkeiten schmecken. Und nichts für ungut, gell. Mir war das heute ein bisschen lieber, gell. Musik 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 Vielen Dank.